Willkommen in eine neue Frühe G-Spaß! Willkommen zu meinem Fabio Bros. World! Und wir spielen heute El Primo, eine Runde. Dann spielen wir eine Runde Colt, eine Runde Nita und eine Runde Shelly. Also ungefähr wären es dann 1, 2, 3, 4 Runden. Und dann vielleicht noch mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt mal mit Primo, oder mit dem Spielen gerade. Mit Colt! Das Spiel geht so. Das Spiel geht so. Nein, der hat mich so besiegt, Alter. Der war so gut, Alter. Jetzt spielen wir El Primo! Ohhhh! Elf, drühe, boh! Elf, drühe, boh! Wir haben einen Trink-Code. Und dann mal 50 km bis nächstes Tier. Wer ist das? Oh! Oh, Leute! das tägliche das würde ich irgendwie haben was ist das? das weiß ich nicht aha tägliche tägliche Sonderereignisse das ist nicht gut aber egal tägliche Ereignisse Es ist der Primo? Das ist der Primo. 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 Das ist der Rimo. Das ist der Primo. Das ist der Primo. Push down. Mit 145 HP gewonnen! El Primo! El Primo's King! El Primo! Ich muss upgraden bei ihm. El Primo! Nita! Hör doch mal auf, du machst das Controller kaputt noch! Sorry Leute. Oh, was ist das? Das war's dann mal wieder. Komplett! Ah, 4 Minus Abzieh! Nein! Ja, ich muss jetzt Shelly nehmen. Ich hab' vier Runden, Ligger. Mich Shelly ist voll schlecht. Ja, ich bin jetzt nicht so... Ich hab' vier Rundfunk. Ja, ich hab' vier Runden. Ich hab' vier Runden. Ja, ich hab' vier Runden. Save my love! Hier. Ich will den haben. Das war's für heute. Oh mein Gott. Nicht hier, nicht! Nicht hier, nicht! Oh, ich wisse den Doft! Leute, das ist mit dem Video, da ist ein Like da, Abo auch, genau, mein Schwester sagt es auch.